Spielzeug Wunderland Hallo, wir machen ein Picknick. Im Picknickkorb sind Teller und Tassen. Schau mal. Schau mal. Wuff, Schlewittchen. Und was gibt's zum Tee? Wuff, wuff. Ups, wir haben nichts zu essen. Ich hab' aber Hunger. Wuff, gehen wir zu Sevcan. Gute Idee. Sie kann uns was zum Essen machen. Wuff, wuff. Hallo, Sevcan. Hallo, Schneewittchen. Wer ist das denn? Mein Regenbogenhund. Wuff, hallo. Oh, wie süß. Wir hätten gerne was zum Tee. Mh, mal überlegen. Wuff, ich hätte gern was Süßes. Wuff. Wuff, wenn ihr wollt, kann ich für euch etwas aus diesen Löffelbiskuits machen. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Die riechen lecker. Mh, mh, mh. Machst du eine Hand? Ja, Celine. Schau, ich zeige es dir. Schau, ich zeige es dir. Mh, mh. Ich zeige es dir. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Eine Hand mit fünf Fingern Nun muss ich Schokolade schmelzen Mit einem Stöfchen Hilfst du mir, die Schokolade zu zerkleinern? Gleich haben wir's Ich mag Schokolade Ich auch Ich helf dir Zu zweit geht's schneller Machen wir jetzt Schokoladensauce? Ja, jetzt schmelzen wir die Schokolade Na? Abwarten Das dauert ein paar Minuten Die Schokolade schmelzt langsam Schau mal, Selin Und was machen wir jetzt? Wir tunken die Biskuits in die Schokolade Jetzt bin ich dran Gut gemacht Jetzt bekommen die Finger Gesichter Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das riecht aber lecker Jetzt können der Hund und Schneewittchen ihr Picknick machen Dankeschön Gerne doch Freunde, ihr könnt das zu Hause ja auch mal ausprobieren Tschüss!